Hallo! Hallo! Wir müssen uns jetzt benehmen, ne? Ja, ich habe ja mittlerweile minderwertige Zuschauer. Minderjähriges Zuschauer. Da muss man ja ein bisschen aufpassen, was man so sagt. Du wirst Minderjährige. Minderwertige. Zum Beispiel du. F***er! F***er! Cool, man sieht einfach gar nichts. F***er! 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 Aber das mit dem Schunkeln, das hat sich gelegt, seitdem Maddi hinter mir sitzt. Das ist irgendwie komisch. Naja, trotzdem auswuchten. Denn meine Reifen, beispielsweise Räder, sind nicht gewuchtet. Und was ich da reingekippt habe, oder reinkippen werde, ach komm schon, das werde ich auch nochmal verlinken. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich erst irgendwann erklären. Entweder ich mache ein Video, wie das gemacht wird, oder ihr fragt mich dann einfach. Das, was ich da reinschütte, sind Ausfluchtperlen. Ausfluchtperlen kommen in den Reifen quasi rein. Also, es wird Luft rausgenommen, bei Luft rausgelassen, dann die Perlen reingeschüttet durchs Ventil und dann wird aufgepumpt. Die laden sich statisch auf. Und dann dort, wo die Ausflucht ist, oder zum Ausflucht ist, da bleiben sie halt eben über die Fahrt lang hin. Und die wuchten sich jedes Mal neu aus. Das ist vor allen Dingen auch, wenn man durch irgendwelche Matschlöcher fährt und sowas, dann ist das gegenüber denjenigen, die man dann hinklebt, wesentlich besser, weil die, wenn man die hinklebt, diese Wuchtsachen, Wuchtdinger, da, die gehen auch schon wieder ab, wenn man durch irgendwelche Sandkram irgendwie durchfährt. Und diejenigen, wie man es eigentlich vom Auto her kennt, diese Wucht, Auswuchtdinger, da, die man an den Felgerrand klipst oder ranhämmert, die passen nicht wirklich an einer Felgerrand von einem Quad. Deshalb habe ich mich für die Ausfluchtperlen mich entschieden, beziehungsweise empfohlen bekommen. Und, äh, genau. Ne, ich freie es hier nicht. Vielleicht ist es lang und was ist denn hier los? Hilfe! Oh, ich habe ja noch, hups! Die mache ich mal aus, die sind nämlich nicht zugelassen. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute diesmal heute da sind. Eigentlich heute gerade das Wetter. Mal sehen, wie viel Motocross und Quad-Fahrer da unterwegs sind. Ja, Quad-Fahrer, ATV-Fahrer habe ich da ein bisschen noch nicht gesehen, wie man ja schon von der Hamburg-Tour ja sehen kann, konnte. Da steht sogar noch ein Auto, mal gucken, ob... Wie das dort so abgeht. Na, guck an. Na dann. Fahr mal da mal, ups, da mal rein, ne? So, das ist übrigens die Sandkuhle. Ne, geil. Ja, ich habe es schon gesehen, ein Quad-Fahrer, der ATV-Fahrer da oben vorne, ist der einer, ne? Genau. Ja. Ja. Da frage ich mal, keine Wunder, was ich kennenlernen. So, ja, dann kannst du mal hochspitzen und mal selber fahren, ne? Ja. Ja, ich Infine. Genau. Ja. Ja, D. Ja, jetzt mal hochstellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Super easy Sache. Bis zum nächsten Mal. Cooles Gefühl. Ah, ist das geil. Bis zum nächsten Mal. Und es wackelt. Ah, ist das geil. Boah, ist das geil. Aber ich muss die Reifen ein bisschen mehr weiter. Aber ich muss die Reifen ein bisschen mehr weiter. Das ist einfach so episch. Das ist einfach so episch. Das ist so episch. Ich kann jetzt auch runterfahren. Ich kann jetzt auch runterfahren. Ich kann jetzt auch 70 fahren. Ich fahre 70. Ich fahre 70. Ich fahre 70. Geil. Es wackelt einfach nicht. Das ist so episch. Es ist so episch. Das ist so geil. Das ist so episch. Vor allem dann ist es auch nicht so wie Devil gemeint hat ein Höhenschlag. Das ist wirklich eine Auswucht. Das ist wirklich eine Auswucht gewesen. Das finde ich aber... Das finde ich ein bisschen scheiße. Dass sie das... Ja, so ein bisschen nach... Ein bisschen doof. So von der Firma hier war. Dass sie das eben nicht gesagt haben. Äh, Junge. Wir können hier leider nicht auswuchten. Ich meine... Alter. Das hat mich jetzt... 35 Euro gekostet oder so ungefähr. Ich weiß nicht. Oder 37 oder sonst irgendwas. Also es war wirklich nicht viel. Keine Ahnung. 35, 37 Euro hat es mir jetzt gekostet. Die Auswuchtsperlen. Alter. Das ist so geil. Das ist so episch. Das macht so Laune jetzt wieder. Hammer. Hammer. Ich kann es nicht... Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach nur so geil. So geil. So episch. So. Absolut. Hammer nice. Ich kann einfach wieder 70 fahren. Das ist einfach so geil. Das ist so episch. Das ist einfach... Jetzt kann man gar nicht in Worte fassen wie cool das ist. Jetzt endlich aufhört hier zu wackeln. Zu machen. Zu tun. Und... Vor allem man fährt dann auch endlich mal wieder sicherer im Verkehr. Das ist einfach... Das ist einfach cool. Oh. Komm schon. Es war noch gelb. Es war noch gelb. Jetzt gucke ich mal ob die noch offen haben. Die liebe Score. Um meinen Tank mal nachzufilmen. Alter. 1,50. 1,51. Alter. Das ist ja total teuer. Jetzt zeig das auch gleiche zu löb. Ich Orion. And unter woher Penil Action hardships. Und unter woher Penil Action fort. Und später. Und dr Waage Melonprojektius. taking care of Auch schon ein.